Sie ist hübsch, ein echtes Allround-Talent und für ihre Kurven bekannt. Wir liefern euch 8 Fakten zu Kim Kardashian. Fakt 1. Am 21. Oktober 1980 erblickte Kim Kardashian in Los Angeles, Kalifornien das Licht der Welt. Fakt 2. Ihr voller Name lautet Kimberly Noelle Kardashian West. Fakt 3. Ihren 14. Geburtstag feierte Kim Kardashian auf der Neverland Ranch von Michael Jackson. Ihr erstes Mal soll sie nach eigenen Angaben mit dem Neffen von Michael, und zwar TJ Jackson, noch im gleichen Jahr gehabt haben. Oh la la. Fakt 4. Kims Dad, Rob Kardashian, verstarb 2003. Ihr Stiefvater ist Bruce Jenner, Olympiasieger im Zehnkampf 1976. Fakt 5. Kim besuchte die gleiche Schule wie Paris Hilton und wollte eigentlich mal Lehrerin werden. Außerdem arbeitete sie als Stylistin für Lindsay Lohan. Fakt 6. Bekannt wurde Kim durch die Reality-Soap Keeping Up with the Kardashians, bei der auch die Familie zu sehen ist. Fakt 7. Alle guten Dinge sind 3. 2000 bis 2004 war sie die Frau von Damon Thomas. 72 Tage lang war sie 2011 mit Chris verheiratet. Seit Mai 2014 ist sie die Frau von Kanye West. Fakt 8. Im Juni 2013 kam die gemeinsame Tochter North West zur Welt. Vom amerikanischen TV-Phänomen zur deutschen Kultfamilie. Hier gibt's Fakten über die Geissens. Abonniere auch unseren YouTube-Channel.